Hallo, mein Name ist Dagmar Berghoff. Als ich ein Kind war, da gab es überhaupt noch gar kein Fernsehen. Umso schöner finde ich, dass es jetzt einen richtigen Kinderkanal für euch gibt, liebe Kinder. Da könnt ihr dann konzentriert den Käpt'n Blaubeer sehen, den ich so hinreißend finde, oder Pumuckl, oder was auch immer. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Kinderkanal von ARD und ZDF. Gewaltfrei, werbefrei, frei ab 3. Ab 1.1.97 Uhr über die Kabelnetze und über Astra 1D.